Hi, hier ist Christian und nachdem ich euch bereits vor einigen Wochen meinen Testbericht zum Samsung Galaxy Note 10 Lite gezeigt habe, möchte ich euch heute meinen Test und Vergleich zwischen dem Samsung Galaxy S10 Lite und dem Galaxy Note 10 Lite zeigen. Welches Smartphone mir in den letzten Wochen besser gefallen und in welchen Bereichen das jeweilige Gerät die Nase vorn hat, das seht ihr in den nächsten Minuten meines Videos. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß! Beim Design und der Verarbeitung gehen beide Smartphones in sehr ähnliche Richtungen. So bestehen die Gehäuse aus Kunststoff und Metall, haben fast identische Abmessungen, lediglich in der Dicke hat das Note 10 Lite etwas mehr auf den Rippen und ist zudem ein paar Gramm schwerer. Im Alltag und der täglichen Handhabung merkt man davon aber nicht wirklich etwas. Ob man bei Smartphones, die aktuell noch zwischen 460 und 500 Euro kosten, Kunststoff als einen der Hauptwerkstoffe erwarten darf, wage ich aber zu bezweifeln. Nichtsdestotrotz ist die Verarbeitung auf beiden Geräten gut bis sehr gut. Auf den rechten Seiten beider Geräte sitzen Powerbutton und Lautstärkewippe, gegenüberliegend ist der Einschub für zwei Nano-SIM oder alternativ auch eine MicroSD und eine SIM-Karte zu finden. Ein Wixby-Button ist auf beiden Geräten nicht mehr vorhanden. Bei der Positionierung der Buttons sollte ich vielleicht anmerken, dass die des S10 Lite etwas tiefer positioniert sind, wodurch sie sich etwas besser packen lassen. Im Kopf sitzt dann jeweils noch ein Mikrofon, unten gibt es beim Galaxy Note 10 Lite eine 3,5 mm Klinkenbuchse, Mikrofon für Telefonate, USB-C Anschluss und den Einschub für den S-Pen. Beim Galaxy S10 Lite sieht es ähnlich aus, jedoch mit dem Unterschied, dass hier keine Klinkenbuchse vorhanden ist und natürlich auch der digitale Stift fehlt. Abschließend bleibt noch zu sagen, dass beide Geräte keine IP-Zertifizierung besitzen. Obwohl beide Geräte zu einem sehr ähnlichen Zeitpunkt vorgestellt wurden, ist unter der Haube komplett Unterschiedliches zu finden. So gibt es beim Galaxy S10 Lite einen Snapdragon 855, 8 GB RAM und 128 GB Speicher. Beim Galaxy Note 10 Lite ersetzt Samsung auf den eigenen Exynos 9810, bekannt aus dem Galaxy Note 9, 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB interner Speicher. Beide Geräte sind Dual-SIM-fähig und können eine Micro-SD-Karte bis zu 1 TB aufnehmen. Was beide Smartphones wieder vereint, sind ein 4500 mAh starker Akku sowie ein 25 Watt Super Fast Charging Netzteil. Wireless Charging ist bei beiden Geräten nicht vorhanden. Die Performance ist auf beiden Geräten sehr solide, sodass ich in den letzten Wochen keine Probleme hatte, Apps zu starten, zu wechseln oder auch zu zocken. Es bleibt jedoch nach wie vor so, dass der Snapdragon Prozessor im Galaxy S10 Lite nochmals ein Ticker Flotte unterwegs ist. So erreichte das S10 Lite im Geekbench 5 einen Wert von 2758 Punkten, das Note 10 Lite von 2082 Punkten. Die Lautsprecher haben eine identische Maximal-Lautstärke. Der Mono-Lautsprecher im Galaxy S10 Lite klingt jedoch auf Maximal noch etwas souveräner und vor allem auch brillanter. Wenn ich hier die Wahl hätte, würde ich eher zum Galaxy S10 Lite greifen. Obwohl die Akkus bei der Geräte identisch groß sind, konnte ich mit dem S10 Lite und Snapdragon Prozessor bessere Akkulaufzeiten herausholen. So kam ich zwar mit beiden Smartphones bei normaler Nutzung auf gut 1,5 Tage Laufzeit, plus minus 2 Stunden, jedoch hielt das S10 Lite in meinem YouTube-Test bei 50% Helligkeit und Lautstärke 16,5 Stunden durch, wobei das Note 10 Lite nur auf 14,3 Stunden kam. Die Fingerabdrucksensoren bei der Smartphones sind optischer Natur, was in der Regel dafür spricht, dass sie etwas schneller als Ultraschallsensoren entsperren. Mit den neuesten Updates ist es so, dass der Fingerabdrucksensor des S10 Lite nicht nur deutlich schneller, sondern meist auch zuverlässiger entsperrt. Mit aktuellem Softwarestand würde ich also auch hier zum Galaxy S10 Lite greifen. Im Bereich der Displays können wir tatsächlich nur ganz kurz verweilen, da sie identische Merkmale besitzen. So lösen beide Displays mit Full HD Plus auf, haben eine Diagonale von 6,7 Zoll und basieren auf einem Super AMOLED-Panel. Samsung-typisch gibt es nicht nur hervorragende Blickwinkel, sondern auch eine gute Farbkorrektheit, perfekte Schwarzwerte und eine sehr gute Helligkeit, um das Display auch bei strahlendem Sonnenschein noch ablesen zu können. Beide Displays besitzen einen Blaulichtfilter, Seitenpaneele, um Schnellanwendungen aufzurufen, Augenschon-Modus und einen nativen Dunkelmodus. Alles in allem liefert Samsung in beiden Geräten ein Top-Display ab. Werfen wir damit auch schon einen Blick auf die Kameras der beiden Kontrahenten. Im Galaxy S10 Lite kommt eine Dreifachkamera mit 48 Megapixel Weitwinkel und optischer Stabilisierung, 12 Megapixel Ultraweitwinkel und 123 Grad Blickfeld und eine 5 Megapixel Makrokamera zum Einsatz. Beim Galaxy Note 10 Lite eine 12 Megapixel-Weitwinkelkamera, ebenfalls optisch stabilisiert, eine 12 Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine 12 Megapixel-Telekamera zum Einsatz. Warum Samsung bei beiden Geräten, die eigentlich in der gleichen Klasse spielen sollten, so unterschiedliche Optiken verwendet, bleibt mir tatsächlich ein Rätsel, da meines Erachtens das Setup des Note 10 Lite deutlich besser und vielseitiger ist. Kommen wir damit auch schon zu den Kameraeigenschaften. Die Bilder des Note 10 Lite wirken bei Tag etwas gesättigter und haben einen minimal besseren Dynamikumfang. Die Bilder des Galaxy S10 Lite sind sehr detailliert und von den Farben eher natürlicher. Des Weiteren wirken sie etwas kühler als die des Galaxy Note 10 Lite. Bilder bei Nacht wirken auf dem S10 Lite meist etwas heller und bei Strukturen detaillierter, wobei auch die Bilder des Note im Normal-Modus bereits gut sind. Geht man dann in den Ultra-Weitwinkel-Bereich, haben die Bilder auf dem S10 Lite einen identischen Weißabgleich. Der Weißabgleich beim Note hingegen liegt komplett daneben. Bilder sind damit für mich eher unbrauchbar. Hinzu kommt auf beiden Geräten noch ein Nachtmodus. Hier sind die Bilder des S10 etwas stimmiger und detaillierter, da auch hier wieder der Weißabgleich auf dem Galaxy Note nicht passend ist. Vor allem im Ultra-Weitwinkel-Bereich und Nachtmodus sind die Bilder eher eine Katastrophe. Ein Teleobjektiv ist lediglich beim Note vorhanden, beim Galaxy S10 Lite hingegen eine Makrokamera, die nur durchschnittliche Bilder macht. Die Kunst besteht darin, den richtigen Abstand zu finden, was in 90 Prozent der Fälle meist nicht klappt. Im Bereich der Bokeh- bzw. Live-Focus-Aufnahmen stellen beide Smartphones Objekte gut bis sehr gut frei. Das Besondere besteht darin, dass es beim Note 10 Lite nicht nur einen Weitwinkel-, sondern auch Ultra-Weitwinkel-Modus gibt. Hier entspricht der Ultra-Weitwinkel-Modus dem Weitwinkel auf dem S10 Lite. Wer also hiermit mehr arbeiten möchte, wird mit dem Note zufriedener sein. Videos können auf beiden Geräten in 4K aufgenommen werden, beim Note 10 Lite allerdings in 4K 60fps, beim Galaxy S10 Lite nur in 4K 30fps. Die Videos sehen auf beiden Smartphones sehr gut aus, detailliert und haben eine ordentliche Stabilisierung. Hinzu kommt auf beiden Smartphones noch ein Super-Steady-Modus, der die Aufnahmen nochmals flüssiger macht, jedoch auch mit etwas mehr Artefakten abbildet. Bei der Software verwendet Samsung auf beiden Geräten Android 10 inklusive Samsungs One UI 2.0. Generell sind damit beide Oberflächen identisch. Das Galaxy Note 10 Lite kann jedoch seine Stärken vor allem in der Verwendung des digitalen Stiftes, dem S-Pen, ausspielen. Mit dem S-Pen bekommt der Nutzer einmalige Funktionen, die sonst fast auf keinem weiteren Gerät in der Android-Welt zu finden sind. Hinzu kommt, dass er fast die identischen Funktionen der großen Galaxy Note-Serie besitzt, wodurch unter anderem Inhalte ausgeschnitten, übersetzt werden kann oder auch einfach nur Notizen gefertigt werden können. Möchte man also das Rundum-Sorglos-Paket haben, also sollte man hier zum Galaxy Note 10 Lite greifen. Samsung bietet uns zwei Smartphones an, deren Unterschied hauptsächlich erst einmal im digitalen Stift liegt. Wer also auf einen S-Pen angewiesen ist, wird unweigerlich nicht am Note 10 Lite vorbeikommen. Die Displays sind aufgrund identischer Eigenschaften und Merkmale gleichauf. Bei Performance und Akkulaufzeit kann jedoch das Galaxy S10 Lite punkten. Genauso sieht es aber auch beim Fingerabdrucksensor aus, der im S-Modell deutlich besser reagierte. Auch in Sachen Lautsprecher sehe ich hier meinen Favoriten. Wenn man dann noch einen Blick auf die Kamera wirft, so sind die Eigenschaften des Galaxy S10 Lite vor allem bei Nachtaufnahmen und einem deutlich besseren Weisabgleich besser. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass eine Makro-Kamera kaum Mehrwert bringt und die Telekamera des Note 10 Lite deutlich mehr Spielraum bietet. Wer jedoch meistens im Weit- oder Ultra-Weitwinkel-Bereich unterwegs ist, dürfte mit dem S10 Lite besser fahren. Unterm Strich ist für mich das Paket des Galaxy S10 Lite runder, vorausgesetzt man benötigt nicht gezwungenermaßen den digitalen Stift. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Erfahrungsberichtes und Vergleich zwischen dem Samsung Galaxy Note 10 und Galaxy S10 Lite. An dieser Stelle wie immer ein herzliches Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder auch Kommentar hinterlasst und vor allem bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin macht's gut und ciao.